Hier in der Innenstadt von Hamburg findet Freitagnacht statt. Unten ist das Studio und oben ist das Chaos. Denn hier oben ist heute Umzugstag und die Redaktion packt aus. Am 2. Februar ist es soweit und 5 nach 10 startet Freitagnacht. Und zwar in diesem Studio mit Publikum und Interviews, Gästen, Diskussionen und Reportagen. Das sind 50 Minuten live bei Vox. Und am 2. Februar ist dann noch die Farbe trocken. Ab 2. Februar, Freitagnacht auf Vox.